Irnberg Hauptbahnhof, warum hängt da eine Regenbogenflagge? Warum keine deutsche? Keine Nutten, keine Drogen. Die Polizei bekommt mich nie, wird nachts weiterhin nackt herumlaufen. Muhahaha, Baba Bahnhof. Also genug Kunden gibt es für Mannhees und die Polizisten auch alle mies korrekt unterwegs. Ab und zu wird man von einem Kacke mit einer Spritze verfolgt, aber sonst alles super. Also 15 Euro für ein Gramm finde ich echt übertrieben, so eine Frechheit. Wurde mit Sonnenblumenkerne abgeworfen. Mega Bahnhof, schwöre gute Leute, Obdachlose richtig sympathisch. Ein Obdachloser wurde mit einem Hund abgeworfen. Bin schwer enttäuscht von der Polizei, wollten nicht fangen oder verstecken spielen. Dachte das sind Freunde und Helfer. Und ich bräuchte Freunde aber die so noch sowas und sie landen auf der Wache. Richtige 31er Freunde. Nürnbergs Hauptbahnhof, Hotspot für gescheiterte Existenzen.